Einen schönen guten Abend. Das ist Sascha. Das ist Patrick. Und dieses Mal gibt es eine neue Ausgabe vom Domino-Duell, um die Regeln zu erklären. Zwei Leute kommen aus dieser Gruppe weiter, spielen dann im Halbfinale weiter. Und hier geht es jetzt erstmal darum, diese Strecke hier, die wir hier sehen, fünf Meter sind vorbereitet. Wer als erstes diese fünf Meter aufbaut, starten in drei, zwei, eins, los. Jetzt ist die wichtige Frage, wer kann sich absetzen? Die stellen ja fast synchron. Aber wenn man eine Kurve baut, bringt das Vorteile oder Nachteile? Nein, dann hat man natürlich länger. Man muss länger bauen. Arno, meinst du nicht, wenn du Samu schlagen willst, soll das noch ein bisschen Tempo zunehmen? Ich bin dabei. Er ist dabei, er ist dabei. Es geht aber auf jeden Fall auf die Zielgerade. Das glaube ich ja einfach nicht. Bist du sicher, dass diese Abstände fallen? Ich meine, das ist ja fast wie die Lücke hier von Schalke in der Abwehr. Das wird fallen. Ich bin dabei. Oh Samu, schaut nochmal alles an. Und jetzt geht es hier. Es geht los. Wenn es jetzt stehen bleibt, dann ist alles vorbei. Aber, aber, aber. Es fällt. Und es läuft. Es ist durch. Und Anno. Und bei Anno geht es hier um den zweiten Platz. Und Joto stößt noch an, aber. Das heißt, herzlichen Glückwunsch ihr zwei. Das war knapp. Jetzt sind wir schon in der zweiten Vorrunde angekommen. Bei mir ist Samuel. Ja, gerade noch selbstgebaut. Hände sind noch ein bisschen zittrig, aber ich bin gespannt, wie sich die Konkurrenz jetzt schlägt. Drei, zwei, eins und los. Marcel, du hast die Doppelhand-Taktik. Bringt die mehr? Auf jeden Fall, ja. Die ist super. Doppelhand spielt man sonst nur im Tennis rein. Mit meiner Rückhand. Sehr linkslastig das Duell. Alexandra und Hanna auf der rechten Seite fallen etwas zurück. Marcel, du hast gleich die Ziellinie. Von wo sieht man das besser? Vom Kamerakran oder vom Dolly? Ich würde sagen, vom Kamerakran. Wer wird das erste da vorne in seinem Lauf-Duell? Und Sascha kontrolliert nochmal. Sascha kontrolliert. Marcells Linie fällt. Fällt sie auch durch. Es sieht gut aus. Und ja, sie ist durchfallen. Das ist der erste Platz für Marcel. Der erste Halbfinale. Sascha weiß ganz genau, er hat noch Zeit. Sascha lässt sich Zeit. Und stößt mit dem Fuß an, weil es so schön aussieht. Und die Steine fallen. Bis ins Ziel. Damit sind wir am Ende. Und hier sind wir auch schon bei der dritten und letzten Vorrunde. Drei, zwei, eins und los. Ich schaue mir das jetzt wieder von der Seite an. Simon und Patrick fasst gleich auf. Und fast ein Fail bei Patrick, so wie sich das angehört hat. Patrick, bisher sieht es gut aus. Glaubst du, dass du die Ausdauer hast, das noch ins Ziel zu retten? Die Ausdauer ist sonst außer beim Kinomarathon nicht so meine Stärke. Und Matthias ist gleich im Ziel. Nein, ich auch. Und er kontrolliert genauso mit ruhig wie ich. Und jetzt muss er an. Und das sieht gut aus. Ja, das wird auf jeden Fall durchfallen. Eva kommt der Ziellinie immer näher. Jetzt wird es vielleicht nochmal knapp, aber es sieht aus, Patrick hat alles im Griff. Ja, ganz locker. Das kann doch stehen bleiben da vorne. Ja, das sieht gut aus, sehr gut. Oh, aber Eva ist in dem Moment fertig. Beim Halbfinale sind wir schon, Sascha. Das ist eine ganz besondere Konstellation. Die bauen wieder jeder fünf Meter nach außen, stoßen dann dort den ersten Stein an. Und dann die Linie, die als erstes ankommt, die kommt dann ins Finale. In der Mitte die hellblauen Steine. Sollte da jemand durch irgendeinen Fehler der Stein umfallen, dann ist der automatisch rupst. Drei, zwei, eins, los. Anno, du bist fast im Ziel. Ist deine Taktik die richtige? Ja. Samuel und Anno sind bald da. Oh, das könnte schon das Aus sein für Samuel. Aber das war eine super Reaktion. Oh, wenn es jetzt fällt, dann hat er... Der Anstoß, der Anstoß. Oh, das läuft, das läuft. Oh, das bleibt hin, Alter. Der darf es auch mal aufbauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und bei Marcel fällt es um. Marcel auch, aber er konnte es auch verhalten. Aber er konnte es auch verhalten. Bist du jetzt nervös? So kurz vorm Schluss? Ja. So schnell wie gerade bin ich noch nie gerannt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, Samuel. Und wer es jetzt eher zieht. Aber Marcel, es läuft los. Samuel auch. Oh mein Gott. Und das ist ein Foto für dich. Marcel, gib es das. Anno's Linie. Ein Foto, wer auch. Und nachdem Marcel jetzt gerade schon ganz knapp ins Finale eingezogen ist, geht es jetzt um den zweiten Finalplatz. Drei, zwei, eins und los. Noch mal zur Erinnerung, wenn es jetzt direkt jemandem umfällt, dann bedeutet das direkt Sudden Death. Patrick und Sascha ungefähr gleich aus. Matthias, etwas abgeschlagen. Matthias, du musst etwas zulegen. Patrick, die Hälfte ungefähr ist geschafft. Was ist deine Einschätzung bisher? Sind die Steine in Ordnung? Ja, ja, aber ich bin mir nicht so ganz sicher wegen der Vergabe hier. Wir sind ja hier in Tulln. Ungefähr einen Meter noch für beide. Für Sascha ein bisschen weniger. Der Boden ist kaputt. Das klingt sehr überzeugt. Und es wird ganz knapp. Sascha scheint schon am Ende. Und Saschas Linie fällt. Wenn sie jetzt durchfällt, ist Sascha im Finale. Und das Finale. Aber es ist Finalzeit, Samuel. Ein Finale von nicht ganz unerwarteter Sache. Kann man so sagen, zwei der Favoriten haben sich doch durchgesetzt. Knapp, aber sie haben sich durchgesetzt. Starten wir in drei, zwei, eins und los. So, jetzt kommt es gleich darauf an. Das war sehr knapp. Hast du das gesehen bei Sascha? Wenn er hier schon den Stein umgestoßen hätte, dann wäre es in dem Moment schon vorbei gewesen. Das wäre schon vorbei gewesen. Das wäre quasi das Eigentor in der ersten Minute gewesen von Sascha. Das wäre unfassbar bitter gewesen. Sascha, ist dein Plan jetzt mehr auf Risiko zu gehen? Es ist immer noch Türkis, Türkis und Türkis, was ich dir sage. Das sind spannende Worte. Wie sieht es bei Marcel aus? Du hängst leicht nach vorne über. Meinst du, du könntest mit dem Kopf nach vorne reinfallen? Ich denke mal nicht, aber vielleicht ins Mikrofon. Wenn es uns noch nicht heimt ist. Ja, man muss sich ja auch verstehen. Marcel, wenn du jetzt im Ziel wärst, meinst du, es fällt auch durch? Ja, definitiv. Sascha noch einen knappen, nein, einen halben Meter noch bei Sascha. Wie sieht es bei Marcel aus? Es kommt auf den letzten Zentimeter drauf an. Macht er einen Fehler. Macht er einen Fehler, er ist gleichgezielt. Die letzten Steine. Es können nur fünf Steine sein. Und da fällt er um. Da fällt er um. Sascha der letzte Stein und er stößt ab. Und es bleibt stehen. Und bei Marcel bleibt es stehen. Bei Sascha läuft es durch. Und bei Sascha fällt. Und das ist der Sieg für Sascha. Sascha, herzlichen Glückwunsch. Dein Applaus, Sascha. Weil nächstes Jahr sehen wir uns dann wieder. Vielleicht so eine neue Ausgabe von... Absolut, absolut. Sehr gerne wieder. Insofern bleibt Sascha bis dahin auf dem Thron. Also bis dann. 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 Bis dann.